Hey Internet und YouTube back on Lords of the Fallen. Ansturm, wenn du springst, kannst du dein Schild heben. Wahrscheinlich. Und ich wüsste wie, wüsste ich wie. Oh shit. Warum hat er kein Ding über den Kopf? Nein! Ah nein! Nein, das ist ein Pieselkopf. Okay, der pieselt nie wieder. Auch ein schöner Rücken kann entzicken. Die Tür ist verschlossen. Okay, ja super. Das war dann umsonst. Das war umsonst. Wunderbar. Interessiert mich ohnehin nicht, was hinter dieser Türe ist. Überhaupt nicht. Ich will unbedingt wissen, was hinter dieser Türe ist. Oh man. Aha. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Vorsichtig, vorsichtig. Vor, vor. Ha, 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 ha. Oh, das ist ja auch. Turmschlüssel. Okay, ob das der Schlüssel für die andere Seite... Oh Gott. Ich werde hier... Ich werde in den Abgrund stürzen, oder? Ha, Vorsicht! Ich werde... Oh shit. Okay, wartet. Holy! Überhaupt kein Problem. Ich hatte nicht eine Sekunde dran gezweifelt, dass ich diesen Sprung schaffen werde. Yes! Dies ist meine sechste Nachtwache. Die Feuer am Horizont sind niedergebrannt. Ein Schweigen hat sich über alles gelegt. Vielleicht haben sich die Ungarn zurückgezogen. Ich hoffe, dass die Dorfbewohner bald zurück in ihre Häuser können. Bleib bloß liegen. Okay. Wir haben ja ein kleines Problem. Hi. Du stehst hier neben meinem Schatz. Ich habe ja wenig Platz zum Rollen. Kann das sein? Du! Ich bin hier! Hallo! Depp! Idiot! Komm in den Gang rein. Ja, sag mal, ist der bekloppt? Oh shit, der ist bekloppt. Ja, super! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh shit. Oh, hier ist viel zu eng. Hier ist viel zu eng. Wow, okay Das ist überhaupt Das ist nicht gut, das ist nicht gut Mir geht's nicht gut Oh, Rambazamba haben wir gemacht Und wir haben ganz schön Getränke verbraucht Fügung Der Axt Fügung Das sieht so aus, das könnte ich hier runterfallen Fügung wird natürlich mir nichts bringen Schätze ich mal Wo ist Fügung? Fügung Stärkeanforderung 16 Ist ja süß Okay Vorsicht Oh no Oh no Oh no Ganz langsam Ich liebe es Hallo Oh shit Oh backstep Backstep Hat sich was mit backstep Oh no Versehen Sorry Da kommt der andere noch Ah Musst immer die zwei Das sah gerade kurz aus wie T-Backing Mann, 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 meine Energie Ah, Vorsicht, Vorsicht Jetzt hat er mich erwischt Okay Überhaupt kein Problem Hier ist was Weißes Ah, ne, hier ist Ah, Jesus Das Licht Was machst du hier für eine komische Sache Was machst du hier für eine komische Sache What is this Get cast durch Na, da wird sie froh sein Halleluja Aber hier ist ein Schatz Der gehört mir Heißes Blut Armrüstung leicht Das ist doch genau Und was war das andere Was hab ich denn jetzt an Schurke Bam, bam, bam Ja, wesentlich besser Ziehen wir an Ziehen wir an Oh, was war das andere Arm Schurke Heißes Blut Brauche ich richtig Hier Das sieht doch gut aus Ich bin im grünen Ne, ich bin nicht mehr im grünen Bereich Shit Ja gut, aber ich bin trotzdem noch Ganz gut unterwegs, oder? Warte, hier kam ich von der Seite Ich bin auch immer Beweglich Aber grün wäre besser, richtig? Oh, shit Welchen Schlüssel? Ach, ihr ein Schlüssel? Ach, das war die verschlossene Tür Oh Na, super Danke für den geheimen Zugang Der gar nicht so geheim war Weil ich einfach den anderen Weg ging Na ja, was soll's, oder? Jettka 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 Da haben wir den Typen No, da hinten ist ein Ah, so ein Typ Du, komm her, hier Ba, 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 ba Buh Komm weiter her Komm weiter her zu mir Komm weiter zu mir Komm weiter zu mir Komm weiter zu mir Nein, nicht mich treffen Nicht mich Töten Auch nicht Wow, wow Hey, hey, hey Vorsicht Vorsicht Ich bin gleich tot Wow, was geht denn mit dem? Was geht denn mit dem ab? Bist du bekloppt? Ist der völlig irre? Ich hab schon wieder keine Getränke mehr Mann Jetzt lebt er wieder Nein, jetzt schießt er wieder Hätt auf damit Oh no Buh Okay, er lädt nach Buh Und er lädt nach Oh shit Wieder ein Sprung Aber ein geheimes Geheimnis Für uns Verblendung Kampfstab Oh, ich liebe Stäbe Hier Also Schaden Was? 25 What? What? Ach so Geschicklichkeitsanforderung Erfüll ich nicht Deswegen natürlich Wenige Schaden Minus 26 3 120 Energie 130 Prozent Okay, der würde Mehr Schaden machen Aber ich hab nicht die Anforderung dafür Okay, gut Das bedeutet, wir müssen jetzt dringend Dringend zurück Dringend zurück und leveln Das ist der Masterplan Hier geht's nirgends hoch Hier Okay Wisst ihr was? Wir rennen ganz zurück Hab ich drüben gesp... Ja, ich hab drüben den Kontrollpunkt aktiviert Und da sind keine Getränke mehr Getränke Cola Fanta Ich meine, ihr wisst, was ich meine Deswegen Nutzen wir den hier aus Nehmen wir dem alles weg Und dann speichern wir drüben nochmal Richtig Ich hoffe, ich hab drüben noch Zwei solche komischen Splitterinos Und dann können wir durchgehen Und im nächsten Part Äh, den Boss machen Hm? Wie sieht das aus? Das klingt doch nach einem Plan, richtig? Ein hervorragender Plan Geht wahrscheinlich mehr Schaden Aber langsam Und wenn ich das mit dem Ding mache Ich soll ein Angeber Hm Hab ich nicht... Oh no! Keine Splitterinos Ah doch Doch Ich hab doch jetzt... Okay Ha Okay Alles klar Oh, warte Ich hab hier den Schlüssel, richtig? Ja, du suchst einen Dolch Pass mal auf Vielleicht hab ich hier was Das dir gehört Vielleicht hab ich hier was Das dir gehört Du hast ihn gefunden Die Gravuren könnten mir zeigen Wo ich die Wegpforte finde Sobald ich sie verstehe In den Katakomben brauche ich jetzt nicht mehr zu suchen Aber du vielleicht Probier mal diesen Schlüssel aus Ja, dein Schlüssel, aber ich war schon überall Danke für nix Ich muss los Wie du willst Ah, okay 800 EP Oh nein, da war doch keine Tür mehr offen Nein, warte Die Verlassen-Tür Wartet Die Verlassen-Tür Die probieren wir jetzt noch aus Vielleicht war es die Tür, wo ich Das Ding hier verlassen konnte Ergibt das Sinn? Ergibt das irgendeinen Sinn? Was ich sage? Ich hab sonst doch die Okay Jetzt das Ding war Was Wir werden es gleich sehen Ob es so ist Tatsächlich Das war der Aber wo bin ich jetzt? Wir haben gespeichert, oder? Alles wird gut Alles wird gut Kassler Oh, wo bin ich? So viele Hebel Hey, hier drüben Weil eben du der Mörder bist Warum lasse ich euch nicht einfach beide frei? Das Türgeräusch wird die Bestien hinter uns aufhecken Nur einer von uns beiden kommt hier lebend raus Nämlich der, dessen Zellentür offen ist Oh Mann Ich lasse dich nicht raus Verlassen Oh Mann Ich muss weiter Oh Wie? Wie soll ich jetzt? What? Wir machen hier voll den Lärm Sorry Zellenschlüssel Okay Oh, was soll ich denn tun? Okay, wenn ich hier weitergehe Aha Wir haben hier eine Bestie Und den Typen Aber soll ich ihn rauslassen? Warte, ich kann Dich öffnen Warte, ich kann dich öffnen Vielleicht kann ich beide öffnen? Oder das hier benutzen Dann gehen alle drauf, richtig? Und dann werden die anderen wach Und hier glaube ich Mich beunruhigt das Ist ja nicht nur ein Flackern hier, oder? Hm Warte, ich lasse ihn raus Einfach so Ich seh nix Wow Kämpfen die gegeneinander? Kämpfen die gegeneinander? Lass mich mal hier das Ding nehmen Wie sieht es denn mit dem Schaden aus? Das ist gut Holy shit Ich bin nicht verlassen Lebe ich noch? Lebe ich noch? Lebe ich noch? Wow Was ist das jetzt wieder für ein Ding? Oh no Der hat auch sowas zum Schießen Oh man Dem zieh ich aber ab Nix ab auch, oder? Oh shit Das ist alles nicht gut Das ist alles nicht gut Der Typ Wow Das zieht ab Kann ich verlassen? Ich Ich hab Angst Der eine ist doch frei Richtig? Richtig? Holy shit Oh es wäre verdammt interessant Was hier Magie aufladen Ich könnte so ein Ding beschwören Was ist wenn ich jetzt wieder reingehe? Sind alle wieder hier? Wahrscheinlich, oder? Wir haben das gleiche Das gleiche Spiel nochmal, richtig? Oh, der ist Der ist tot Hm? Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Schauen wir mal, ob der wieder aufsteht Kleine Racker Aber wieder aufsteht Könnte ich diese Zellentür trotzdem öffnen? Ah, weißt du was? Und er ist tot Weiß nicht Weiß nicht, ob das die beste Idee ist Gewesen ist Ja, könntest du Lass Mach mal nicht so dramatisch Beim Sterben, mein Guter Was ist mit dir? Okay, ich klicke mal hier Wow Wow, der zieht ab Holy Shit Das war verdammt knapp Das war verdammt knapp Also das war ja sowas von knapp Wenn das nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht Okay, wow Okay, vielleicht sollte ich hier noch nicht sein Kann das Ist möglich? Ist möglich Hier ist wieder was zum Benutzen Ach, komm schon Nein, da kommt der Typ Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde Na, daneben Nein, da kommt das Ding Nein, nein, nein Ich ziehe dem überhaupt nichts ab Ich ziehe dem überhaupt nichts ab Ich glaube, das ist Okay, ich muss leveln Ich muss leveln Wir sehen uns Aber dann wieder Nein, 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 nein Ich ziehe dem ja gar nichts ab Dann schießt der da hinten auf mich los Was erwartet ihr von mir? Was erwartet ihr von mir? Okay, wisst ihr was? Wir gehen zurück Ich investiere ein paar Points Jesus Christ Jetzt ist da wieder alles los Was ist denn? Was ist denn jetzt? Was ist denn? Seid ihr verrückt? Okay Sag jetzt nicht, die sind wieder alle hier Oh nooo Oh no, die sind wieder alle hier Mein Leben ist verwirkt Oh shit Oh shit Das ist alles gar Na, das ist alles gar nicht gut Aber hier sind die Energiepunkte Irgendwie der voll Gewesen Nein! Nein, nein, nein Nein, 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 nein Der hat mich verfolgt Oh no, nein, 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 nein Das kann nicht sein Hier permanent daneben Die Frames gehen in den Keller Die Frames gehen absolut in den Keller Oh, shit. Den muss ich jetzt noch besiegen. Wenn der Gegner da ist, fliegt das Ding auseinander. Holy moly. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, alles klar. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Okay, das ist alles gar nicht gut. Das ist alles gar keine gute Ausgangssituation. Ich glaube, die Katakomben sind zu stark. Wir machen im nächsten Part den Boss hier. Und vielleicht schauen wir uns das nachher an. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.